hallo und herzlich willkommen in meiner wohnung heute ist es endlich soweit die roomtour wollte ich schon ewig drehen jetzt ist der anlass dass das wahrscheinlich die letzte roomtour in dieser wohnung sein wird genau und deswegen zeige ich euch jetzt mal was sich über die jahre verändert hat und wir können ja einfach mal anfangen wenn man reinkommt ist da ein wunderschönes schlüsselbrett was mir mein robert selbst gemacht hat und hier mit so blöd kommen rosa und ich liebe dich reingemacht hat finde ich super schön also kann man nicht kaufen das hat er selbst gemacht dann kommen wir weiter erst mal bisher ein sehr langer flur den könnt ihr ja wahrscheinlich schon wir haben hier eine sitzbank drin die haben mal sehr lustig beim schwarzen netto bekommen und darunter sind auch so ein paar kisten da haben wir halt ja so schalt und sowas drin und der mani schlägt sehr sehr gerne auf dieser sitzbank genau dann habe ich hier so eine kleine fotowand da müssen wir jetzt nicht weiter darauf eingehen das sind einfach ein paar fotos dann kannst du ja mal hier runter filmen und zwar haben wir diese wunderschönen was halbier regale wenn ihr das toll findet dann schreibt mir einfach an per pn oder so ich kann euch den link schicken wenn euch wirklich was interessieren würde auf jeden fall v a s a g l e haben wir einige möbel von der marke die sind neue davon haben wir zwei stück einmal ein etwas tieferes ne ein höheres und das ist ein bisschen tiefer und das eignet sich halt ja wie gesagt für schuhe oder wir haben ja auch kartons drin ja das hier ist ein schuhschrank ich weiß gar nicht ich glaube da war sogar schon in der letzten room tour den haben wir mal in einem ostsee urlaub gesehen und da wollten man den unbedingt haben dann haben wir auf ebay bekommen ich glaube spiegel schuhschrank findet man ungefähr sowas und zwar könnt ihr mal schauen so sieht das ganze aus von innen es ist ein sehr schmaler schrank und es ist halt echt genial dass er einfach so eine spiegelfront dran ist dann dort oben haben wir eine garderobe dies ebenfalls von was habe die haben halt immer dieses typische dunkle holz mit diesen schwarzen metall ja das ist erstmal soweit der flur hier habe ich im flur habe ich so eine integrierten wandschränke und die benutze ich jetzt für lebensmittel aber auch für kleidung in dem einen ist auch eine kleiderstange drin ich würde sagen damit wir chronologisch vorgehen gehen wir jetzt ins bad erstmal hier müssen wir noch mal kurz anhalten das ist ein bild was mir mein robert gemalt hat und ich lieb's ja dann kommen wir hier zum bad ist sozusagen der erste raum ich habe mir jetzt übrigens keine mühe gegeben aufzuräumen weil wir das relativ realistisch halten wollten geht das mit dem licht dass man alles sieht nicht weil wir jetzt gegen das licht führen und ja was soll ich hier sagen ich habe hier eine waschmaschine ich habe hier ein regal von ikea drin und den spiegel haben wir bei ebay gekauft das ist so einer da kann man hier so hoch tatschen und dann gibt das licht an und ich glaube sonst ist jetzt nichts drin wo man irgendwie eventuell nachfragen könnte hier diesen waschrank den habe ich auch ja günstig erstanden und deshalb ein gebrauchter waschrank gewesen unter waschbeckenschrank ja sonst hier hängt noch ein haken ich glaube der hängt vorher nicht und ja die lampe interessiert euch die lampe jetzt ist von ikea ja dann gehen wir einfach mal in die küche die küche ist der zweite raum im flur und ich glaube jetzt ist einiges getan im vergleich zur letzten moment erst mal das herzstück der wohnung meine küche ist meine weiße hochglanz küche die wollte ich unbedingt haben meine mutter diesen wunsch erfüllt sie ist noch nicht mal abbezahlt aber die wird definitiv in die neue wohnung mitkommen und hier habe ich von hoffmann möbel ja und genau da habe ich einfach eigentlich stehen die sachen jahre nur bild drumherum und hier oben habe ich meine ganzen protein sachen und so die regale hier die habe ich noch öfter in der wohnung hängen und zwar habe ich dir von h&m und da oben diese hängepflanze die gab es noch beim aldi und der winkel ist von ikea finde ich auch sehr schön dann können wir mal kurz hier rumgehen hier habe ich so eine fotoband die habe ich bei ikea bekommen finde ich richtig toll die habe ich auch noch mal im schlafzimmer und ja ich habe überall so eine ich weiß gar nicht wie die klemmfix roll aus die gibt es manchmal ganz günstig bei ubi ich glaube das haben wir mal fünf euro bekommen und eine menge blumen die blumentöpfe sind immer unterschiedlich dann habe ich hier so ein schrank hier geholt der ist eigentlich also der ist von ikea ich weiß jetzt nicht genau wie er heißt ich würden aber finden wenn ihr euch interessieren würde der ist eigentlich für kinderzimmer also wenn dann müsst ihr bei ikea irgendwie bei dieser kinderzimmer abteilung schauen und den habe ich ihn jetzt für als vorratsschrank das kann man sich komplett selber aussuchen welche fächer man hierhin haben will und wie hoch das brett sein soll und werden das eben jetzt so gemacht dass die mikrowelle da drin stehen kann und die kaffeemaschine drauf das regal hier das war der ersten wundscher glaube ich noch braun das hat robert umlackiert mit also einfach mit weißem lack hat gut funktioniert hier habe ich ein tisch von ikea den habe ich auch schon seit anfang an den finde ich auch immer noch ganz schön und dazu haben wir drei stühle es waren ursprünglich mal zwei da hatten wir einen richtigen aufwand noch den dritten stuhl zu bekommen also den dritten hocker aber der kann dann leider nicht mehr mit mal sehen ob sich jemand findet der diesen schönen tisch haben will dass ich noch gut erhalten wir haben einen richtig tollen kühlschrank bekommen bekommen genau von der bekannten haben wir den geschenk bekommen da bin ich auch sehr froh drüber weil ich immer einen großen kühlschrank haben wollte und jetzt ist aber auch zu klein ja dann kommen wir mal weiter ich hätte vielleicht am anfang mal sagen können also ich habe nur zwei zimmer wohnung und sie ist ungefähr so 57 quadratmeter groß und jetzt stehen wir auch schon im wohnzimmer da sieht man direkt wieder ein möbelstück von was sage ich finde die möbel echt richtig toll das ist jetzt so eine kleine ich weiß gar nicht wie man das nennt also wenn ihr euch wirklich dafür interessiert dann findet ihr das auch dieses ornament hier bild das hat mir da rubert umgesprüht das ist eigentlich weiß gewesen das habe ich mal beim nkd oder beim family gekauft meine couch die ist noch gar nicht so alt ich glaube ich habe sie mir letztes jahr gekauft die habe ich bei otto gefunden und dafür dass sie so groß ist jetzt nur mal kurz als so vergleich ich glaube mir hat sie nur 400 euro gekostet und es war echt schwer so eine große zu finden ich kann mich hier komplett lang legen die kann man auch ausziehen und das umklappen das ist wie ein schlafsofa man hat auch unten einen wettkasten drin richtig toll aber falls ihr auch eine couch sucht zum beispiel und wenn ihr aus der nähe kommt oder bei euch vielleicht auch ein sb möbelbos gibt da kriegt man auch relativ günstig auch so eine großen möbelstücke die auch schön aussehen weil vielleicht kann das video auch als inspiration für euch dienen an der wand habe ich meine gitarren aufgehangen leider ist da in der seite durch die hitze mal wieder kaputt gegangen links davon habe ich ein ikea regal und ikea bilderrahmen in der ecke hier sieht man meine wunderschöne vase die ich von mutti bekommen habe zum gewohnt mit tollen pflanzen künstlichen pflanzen sehe ich beim ikea mit zusammengestellt habe als blumenstrauß und das steht auf einem nachtisch den wird ja aber nachher besser weil ich davon noch einen habe den habe ich auch mal beim schwarzen netto bekommen diese lampen hier die gehen mit touchfunktion an jetzt jetzt der strom aber aus die haben wir auch mal bei lidl bekommen die finde ich auch richtig schön genauso wie diese blumentöpfe hier die sind auch von lidl und diesen blumentopf der steht jetzt verkehrt herum weil die pflanze hat weil wir die pflanze zum licht gedreht haben den gab es bei h&m hier hinten ist so ein bisschen meine abstellkammer da sind noch so ordner und sowas ja dann komme ich hier zu meinem schreibtisch den finde ich auch super toll also ich liebe den sehr ich habe den ich glaube über kleinanzeigen oder bei facebook oder so habe ich den bekommen derer ursprünglich auch mal vom ikea den gibt es so nicht mehr zu kaufen und ich fand es halt übrigens cool das ist irgendwie also mich hat es an so ein klavier erinnert ja finde ich cool und den stuhl hier den haben wir auch gebraucht gekauft der ist auch von ikea also den gibt es glaube ich auch so nicht mehr zu kaufen ich bin mir unsicher der blumentopf ist zum beispiel von h&m diese puppe hier die ich übrigens cool finde die haben wir beim action günstig bekommen ich habe gesehen bei ikea ist die glaube ich viel teurer und diese schöne schreibtischlampe die haben wir auch vom nidl das ist so eine led lampe die finde ich richtig toll die kann man so wie man möchte meine schieber ist natürlich auch noch in der wohnung verhalten leider nur noch als foto aber sie ist trotzdem noch bei uns und die bilderrahmen sind ebenfalls von ikea die finde ich richtig toll da ist nämlich jetzt kein glas mehr drin sondern ich glaube es ist ein was ist plexiglas auf jeden fall so eine bewegliche also wenn es runter fällt ist nicht gleich kaputt der couchtisch ihr könnt es wahrscheinlich erahnen er ist von was sage ja mehr kann ich dazu nicht sagen der ist super toll diese kleinen holzschippchen die habt ihr wahrscheinlich schon in der küche erblicken können davon haben wir drei stück und die sind vom dänischen bettenhaus so dann seht ihr hier dieses tv bord das habe ich mir ebenfalls von ikea gekauft gehabt das habe ich schon die ganze zeit ich wollte schon mal verkaufen bisher hat es noch keiner gekauft ja da habe ich die griffe geändert und zwar waren ja hier so eine schlichten schwarzen dran und hier habe ich mir jetzt solche beigen ausgesucht die habe ich ich meine auch bei neben wulwurf habe ich die denke ich gefunden oder ja was auch immer da gerade neben dieser tv-bank stand das ist vielleicht auch interessant für euch diese basis ebenfalls von h&m die ist schlicht die ist aus steingut die gefällt mir auch sehr 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 und mein kleiner leuchtefuchs den habe ich mir mal bei kaufland geholt und ich liebte der darf halt jetzt hier drin immer noch abends leuchten mein regal ist auch von ikea und hier habe ich ein paar bücher drin hier habe ich auch solche boxen die gibt es auch bei ikea mittlerweile gibt sie auch in einer anderen farbe das seht ihr aber gleich und ich finde die ganz praktisch weil die kann man hier rausziehen und hier habe ich zum beispiel erinnerungen von mir und meinem freund drin und ja und habe ich auch erinnerungen von shiva manchmal habe ich hier bastel sachen noch drin ein paar bücher so viele besitze ich nicht ein paar switch spiele ja und hier können kann ja sieht man das schon hier habe ich auch ein geschenk drin das ist echt richtig toll und ich finde also es ist so selbstgemacht so rausgeschnitten und da bin ich auch ganz stolz drauf ich weiß jetzt nicht ob ich hier den namen nennen soll darf wie auch immer aber ich finde das mega das ist so richtig personalisiert und diese richtig schön bein gläser die haben wir bei lidl gefunden und ich lieb die und die müssen wir echt mal einweilen dass sie nicht nur deko sind hier oben ist wieder ein regal von ikea und ja hier steht eben ein großer fernseher ich hatte vorher gar kein fernseher doch ich hatte so einen alten klopper mal auf jeden fall gucke ich gar kein fernsehen den benutzen wir tatsächlich oder ich benutze den hauptsächlich oder eigentlich nur um switch zu spielen die haben wir uns auch angeschafft gehabt die switch und ja dann kommen wir hier zu meinem stuhl von ikea der ist eigentlich immer noch der gleiche wie aus der ersten room tour plus dass wir das polster neu gekauft haben ja zwar in der stuhl bei maschiva drauf war und ja der stuhl bedeutet mir auf jeden fall noch sehr sehr viel und auf dem fenster präsentale einfach noch ein paar blumentöpfe die sind auf jeden fall beide vom teddy mit dem da hinten weiß ich gar nicht mehr diese rollos die sind jetzt von ikea das sind jetzt nicht so eine klemm fix aber die sind richtig schön weil also die sind so die klemm fix rolle sind auch so dass sie das licht noch durchlassen ich finde die einfach richtig toll also es ist dann nicht zu dunkel wenn sie runter sind meine geliebte lampe wo eine spinnenwebe dranhängt ich finde die kommt hier noch gar nicht so richtig gut zur geltung ich weiß nicht ob sie das in der neuen wohnung tut die ist schwarz gold wer hätte das gedacht ich habe eine goldene sache von anfang an schon gehabt obwohl ich gold eigentlich gar nicht mochte so die habe ich beim dänischen bettenhaus mal gekauft aber ich glaube die gibt es auch überall das regal ist ebenfalls vom dänischen bettenlager ich glaube jetzt heißt es ja jüsk aber ich denke jeder weiß was ich damit meine und hier ist auch dieser karton ein bisschen dunkler also das heißt nicht mehr so ein helles beige sondern so ein taub da gibt es eben bei ikea jetzt zurzeit die und hier unten diese rausziehen die sind auch vom ikea aber ich habe sie jetzt erstmal nicht mehr gesehen in diesem schwarz-goldenen Design da hinten stehen noch meine softboxen mein bisschen video equipment mein ringlicht steht eigentlich auch da hinten also falls ihr fragen habt zu irgendeiner sache dann fragt mich einfach ganz gerne und schreibt mir am besten bei instagram weil da kann ich euch gegebenenfalls auch einen link schicken wenn ihr irgendwas cool findet die wunderschöne lampe hätte ich fast vergessen die ist von amazon die ist natürlich auch schwarz gold und jetzt stehen wir schon in meinem schlafzimmer das ist nämlich angrenzend hier und im hintergrund seht ihr dass ich ein balkon habe in der wohnung und das war mir auch tatsächlich ganz wichtig und ich liebe es ein balkon zu haben jetzt könnt ihr gerne mal in den kommentaren vermuten ob ich in der neuen wohnung ein balkon bekommen habe oder nicht weil je nachdem bin ich super froh über die wohnung oder nicht you will never know auf jeden fall seht ihr hier wahrscheinlich das wett als erstes das ist auch von ikea das ist jetzt aus der hände serie das weiß ich gerade der schrank ist aus der primnes serie und ja da umhängt halt wieder dieses regal was ich auch schon im wohnzimmer hatte hier seht ihr den nachttisch noch mal besser der ist eben wie gesagt vom schwarzen netto und diese lampe hier die habe ich auch wie heißt denn das der möbelmarkt hier hinten ich glaube der ist aber finsterweiler möbelmarkt oder ich bin mir jetzt unsicher da ist das einzige dass der fuß davon silber ist aber das ist jetzt nicht so schön dann habe ich hier noch zwei kommunen im schlafzimmer hier ist die erste das ist diese typische malmkommode die hatte ich glaube ich auch von weiß damals gehabt und ich weiß gar nicht mehr wo ich die laterne her war die auch von nkd oder so ich weiß es gar nicht mehr bringt die mutti oder sophie geschenkt family kann auch sein in dieser ecke habe ich ebenfalls eine malmkommode die ist eben ein bisschen höher und darüber die besagte bilderwand eben nochmal im schlafzimmer und hier ist ein kleines highlight noch in der ecke versteckt und zwar habe ich ein mikrofonständer geschenkt bekommen und dahinter steht auch noch mein verstärker der jetzt auch wieder eine verwendung findet weil ich eben singe und ich sehe der robot hat schon probleme die kamera zu halten hier ist so ein schiffchen das finden wir richtig toll das hat mein freund entdeckt bei teddy und da sind kleine katteen drauf die sind von ikea und diese super süße muschelschale die habe ich bei h&m bekommen und schaut mal da haben wir ein bisschen bernstein drin den wir gesammelt haben also die kleinen den großen haben wir nicht gesammelt den hat mein freund mir geschenkt so pflanze lebensbaum sind schon seitdem ich hier wohne schon sieben jahre dann habe ich hier noch solche pflanzen behälter von nidl ja und diese super süße gießkant ist von ikea aber ich denke mal diese sachen die kennt man alle schon irgendwie dann kommen wir eigentlich schon fast zum schluss und zwar habe ich hier noch einen riesengroßen spiegel und ich lebe den spiegel sehr den hat mir mein freund auch am anfang unserer beziehung geschenkt das ist so krass dass das jetzt mittlerweile auch schon wieder dreieinhalb jahre her ist fast und hier sind noch regale von h&m hier habe ich noch so ein stuhl den habe ich auch mal bei juzg ganz günstig im ausverkauf bekommen und da unten sieht man den schlafplatz von mali das körbchen habe ich bei fressnapf bekommen und den hund den gibt es eben nicht der ist nicht verkäuflich mein mali ist ganz müde ja habe ich auch so ein cooles plissier an dem balkon dran das geht komplett bis runter also solche sachen die findet ihr euch überall aber ich kann euch empfehlen schaut und vergleicht bei amazon findet man ganz günstig meine angebote die preise schwanken auch oft wenn ihr euch für sowas interessiert oder vielleicht auch bei kleinanzeigen vielleicht auch ein gebrauchtes ja und dann kommen wir schon zu meinem sehr großen balkon und hier seht ihr ein paletten sofa das haben wir also ich und mein freund haben das zusammen gemacht und das sind einfach vier paletten drei stehen unten eine ist hinten angelehnt und dann habe ich hier so eine kissen noch dazu gekauft die habe ich damals vom kaufland gekriegt und dann habe ich eben hier noch etwas ältere balkonmöbel die habe ich mal von meiner schwester bekommen also keine ahnung wo die her sind aber die erfüllen auf jeden fall ihren zweck diesen richtig schönen schirm hier den gab es bei gidel und würde ich euch auch empfehlen solche sachen immer so im angebot zu kaufen und sonst ich weiß nicht was vielleicht noch interessant sein könnte unsere pflanzen hier bin ich richtig stolz drauf das ist ein baum den habe ich meinem freund geschenkt das ist ein oliven baum olivia ist das und dann habe ich von ihm habe ich auch einen stachelbeer baum bekommen und zum geburtstag hatte ich auch so eine pflanzen und eine himbeer pflanzen das ist riesig geworden und diesen schönen led baum den gab es war der auch zu weihnachten den gab es zu weihnachten bei kaufland mal die gibt es jedes jahr wieder und auch relativ günstig also ich glaube im internet bezahlt man da auch über 50 euro und ich glaube der hat nur 20 oder so gekostet genau ja ich glaube das war es eigentlich also wenn ihr noch fragen habt wenn ihr euch für irgendwas interessiert dann stellt mir die gerne wie gesagt auf instagram weil ich euch da auch die links schicken kann weil ich jetzt nicht bei youtube so viele links einfügen möchte schreibt mir gerne mal wie ihr die wohnung findet was ihr unbedingt haben wollen würdet wenn ihr es mir entreißen könntet das würde mich echt interessieren und ja vielleicht schaue ich mir das video irgendwann später mal an also nochmal zu meinem späteren ich da ist ja damals eine gute wohnung ausgesucht und ja dann bis zum nächsten mal und denkt dran ihr seid gut so wie ihr seid und schön so wie ihr seid tschüss und zwar nicht dringend war ach willst du noch aus der wohnung raus gehen ach ja raus mit euch raus mit euch ihr gehört ja gar nicht hier rein ihr dürft gar nicht hier rein tschüss 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 tschüss